Die Jungdarbeit hat in einem Musikverein immense Bedeutung, denn sie stellt einen großen Eckpfeiler dar, um die Zukunft des Vereins zu sichern. Es ist sehr wichtig, dass die jungen Musikerinnen und Musiker gut integriert werden. So halten sie die Freude am Musizieren und fühlen sich im Verein wohl. Durch die Mitwirkung in einer solchen Kapelle werden Fähigkeiten wie Teamgeist, kameradschaftliches Handeln und Denken und der tolerante Umgang miteinander gefördert. Eigenschaften, die den jungen Menschen sicherlich auch außerhalb der Musik vernutzen sein werden. Beim nächsten Stück, Rocking Records von Nicola Sturon, wird die Stadtkapelle unterstützt von potenziell neuen Musikerinnen und Musikern. Nämlich von einem ganzen Blockflötenensemble der städtischen Musikschule Kapfenberg. Dieses Ensemble wird von Frau Magistra Ulrike Zisser und Doppelmagistra Susanne Rosemann geleitet. Auf der Blockflöte erleben sie heute Ines Kretschmer, Marie Gensar, Angelina Kröll, Nina Schwarz, Bernadette und Madeleine Stamm, Leonie Schelluch, Hermine Fritsch, Julian Eisbacher, Jakob Fladl, Sabrina Krömer, Miriam Heide, Julia Schöntaler, Sylena Herbst, Clarissa Vogelmüller, Alicia Fritz, Sophie Danninger, Sonja Grafauer, sowie Melanie Knoll am Fagott. Die jungen Musiker stellen Ihnen Ihr Können auf der Blockflöte unter Beweis. Bitteschön. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.